Könnte ich jetzt aber auch nehmen, ne? Oh, ich hab, jawohl, endlich mal hier neue Wrists, das ist geil. Gefällt mir. Äh, 26 mehr. Alter, das ist auf jeden Fall ein bisschen besser, kriegt zwar weniger Gold und weniger Erfahrung, aber ist egal. So. Ich bin besser ausgerüstet. Kannst du sehen, in der Stadt, oder was? Hm. Ja, dann mach ich das mal schnell alleine hier, ne? Hm. Ich mach jetzt mal völlig übertrieben für einen Gegner hier Earthquake an. Oh, tot. Na, ich hab jetzt Balls. Balls of Steel. 215 DPS. Äh, wir sollten doch mal langsam kommen. Hallo. So tricky jetzt hier so, ganz alleine. Tricky. Ja, weil ich sie so scheiß vereisen, leck mich, jetzt stun ich dich einfach auch mal. Ja, ich muss mich auf jeden Fall noch ausrüsten, ich krieg viel zu viel Schaden. Oh, da liegt ein Rare rum. Yo. Toll für Demon Hunter. So, machen wir das jetzt hier noch durch, kriegen wir ein Checkpoint, ne? Ja, und dann kommt Zoltan Kull und direkt danach. Ja, nee, nee, nee. Zoltan Kull machen wir nicht mehr. Vor Zoltan Kull speichern wir so. Ja, ja, ja. Weil davor machen wir erstmal neue Ausrüstung. Ja, meine, meine Waffe, hallo. Puh, sie. Sie ist von Stufe, lass mich überlegen, ah, 15. Ja, das Neuste von mir ist auch von Stufe 15. Und der Rest? Hm, lass mich gucken, Stufe 8, Stufe 8, ja. Gut, das ist aber 15, 15, 8. 27, 20, 14, 15, 13, 15, 16, 13, 17, 17, 12. Das ist nicht so gut. Ja, aber du bist nämlich das Tankier und stirbst nicht mit einem Schlag. Ja, das sehen wir gleich. Ich bin gleich so, äh, dann natürlich bin ich tot. Glückwunsch. Nice. Ach, ihr Lieben, ja, leck mich am Arsch, ich hasse das bei dir los, du, du bist der Tank. Du hast mit denen kein Problem, treff mit ihrem Motor ja nur mich. Ist doch gut, ne? Ja. Ich steffe mit einem Gift rum, ey, leck mich am Arsch. Noch ein paar Mongos. Wenn ich reinmachen. Ja, grabt euch irgendwie aus dem Stahlboden hier raus, natürlich. Ich kann auch in Stahl graben. Jo, Hauptsache, da noch die Hydra rein. Alter, das sieht voll geil aus, wie die Hydra da drin ist, ey. Oh, Evil Hydra, ja, wie viel ist das? Ja, keinem Gegner jetzt. Ja, ich bin sterben. Komm schon. Attacke nicht. Ich will wehdrücken. Die ganze Zeit weh. Jetzt aber warm. Level 22. Ja, natürlich. Mal sehen, was wir neu haben. Okay, ich hab jetzt Teleport, brauch ich aber nicht. Oh, ich hab noch nicht. Noch nicht. Bald wirst du es aber brauchen, ne? Nee, ich benutze Teleport nicht. Warum nicht? Weil ich... Oh, die shit, Alter, da wär ich so. Ich hab das einfach gekackt, ey. Eisexplosion benutze. Frostmutter. Das ist effektiv als Teleport, weil ich kann die Gegner lieber einfrieren und dann ein paar Schritte weglaufen, als mich wegzuteleportieren. Wie müssen wir da lang? Ich guck hier. Aha, da ist die Hydra und ich bin auf der anderen Seite, ihr könnt ihr gar nicht durchschießen, ihr seid so blöd. Ja, ich bin so voll der Englisch pro und so und deswegen muss ich das in Englisch sagen. Englisch. Ja, natürlich. Ja, natürlich. Englisch pro, du. Ja, zwei plus und so, was da los hier? Eine Abschlussprüfung, was da los? Angeben, angeben und so. Und ich hatte eine Abschlussprüfung auf elf Punkte. Von 100 müsst ihr wissen. Nein, von 15. Tobi hat ja hier zwölf Punkte von 100 geschafft. Und ihm ist alles anders. Ach ja, hier kommen ja gleich die explodierenden Scheiß-Fiecher. Ja, man sieht einfach mal gar nichts mehr. Ein scheiß Airst-Craig. Hallo, ich bin hier, guck mich auch an. Ich leuchte. So, ich hab ein Set-Item gefunden. Warum kriege ich das nicht tragen? Ich verstehe es schon wieder nicht. Tobi, das ist ein Buch. Nein, das ist grün, ja? Ja, aber was ist das denn für Ultraspinnen? Ja, okay. Du bist Tank, ne? Ja, achso. Die ziehen mir mit einem Schlag die Hälfte. Ja! Von meiner Leben weg, ey. Hardcore sollte mal ein bisschen Weih-Weih-Weih-Weih-Sein. Schon klar. Hey, hier ist gleich das Tor. Dann müssen wir noch zwei Mongels besiegen und dann kommt Ultimkul wieder. Er will die Weltherrschaft an sich reißen und das müssen wir dann irgendwie verhindern. Spoiler! Ja, erst mal den Speicherpunkt, erst mal die Ausrüstung gegen den Zoltorn, ey. Den alten Assi. So, du Ghoul. Ja, haha. Zoltone. Weg, ey. Das ist alles dann hier, sonst kriegt ihr zu viel Damage. Hallo, die Kolumb-Verfahren hinter mir her. Hallo. Ach, zum Rund. So, an meiner Decke steht mir da so ein Opa Langbein, der sich die Beine ausreißt. Ach, an deiner Decke, so? Ja. Im realen Leben. Ey, mein Papier hat heute die Spinnenweben weggemacht, Kobi. Ja, das hast du mir schon mal erzählt. Ihr müsst wissen, dass in Lennarts Zimmer einfach mal nur Spinnen gelebt haben. So, ich sag mal, 99% Spinnen, 1% Lennart. Körpergewicht. Alter, ich will die mir abziehen, ey. Die Mar. Mich ist das Giftmuster weg. Da sind die Eliten, Mami. Ich will, warte, 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 ab, komm zurück. Jetzt sind sie schon so. So, jetzt, ich muss das dann und so und so und so geht das hier. So, wegen Damage und jetzt geht der Lötung. Ba, 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 ba. Zehn Sekunden zu spät. Ach, das habe ich ja volles Inventar. Deck mich ja mal. Ja, mach doch. So, jetzt aber hier, check mal, wo ist er? Das ist ja, das ist der Mann fürs Leben. Ja, ja. Hier runter geht's, glaube ich. Na, da war ich schon. Ja, das ist ja, geht's doch hier lang, ne? Ja, ja. Hm. Ich bin schon im Ausgang, du. Jetzt sterbe ich bestimmt. Jetzt wär, bitte her. Hi. Und Earthquake, als letztes nochmal, hui. Entschuldigung. Da sind ja kein Bock mehr auf dich hier. Das wär's mal. So. Hast du jetzt schon einen Checkpointer? Hä? Nee, Checkpointer zu. Wir müssen halt zwei Asis besiegen. Und dann kriegt man Checkpointer zu. Und dann, jetzt aber. Wenn ich komme, Schätzchen. Kommst du überhaupt nicht? Doch, ich bin gerade gekommen. Es gibt Lehrer in unserer Schule. Also, es gab. Also, ich geh ja nicht mehr zur Schule und so. Der hat immer so gedacht. Ja, Lennart hat's vier. Lennart goes, hat's vier. Ja, natürlich. Sich bald beim Arbeitsmannamt melden, dass man nicht mehr zur Schule geht. Das ist voll der Schild. Ja, ich hab ja gebockt zu arbeiten. Ja, ich will zu Hause gammeln. Diablo 3, wissen Sie? Ich verdiene mein Geld mit Diablo 3 in YouTube. Achso. Ah ja, okay. Wie viele Abonnenten haben Sie? Drei, Digga. Ich, meine Schwester und meine Oma. Aber Schwester guckt nur sehr selten rein, Digga. Wie viele auch gefallen Sie denn? Zwei. Ich zweimal. Ich hab so ein Tamise Faust aktualisiert und so. Tamise Faust F-Buben. Natürlich, der Spinn. Spinnis. Ich hab die ganze Zeit nicht tolles Elementar. Was ich früher bei jedem Abonnenten gefreut habe und jetzt, wenn man so 1600 hat, ist es dann scheißegal. Ich freue mich immer noch über jeden. Ich hab jeden Einzelnen an. Jetzt sag ich Danke. Das glaubst du auch nur du. Jo. Hab den ganzen Tag was zu tun. Das war super. Danke, 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 danke. Geh weg. De-abonniert. Haben wir es hier gleich mal. Ich bin ja schon froh, wenn ich bis zum nächsten Checkpoint am Leben bleibe. Du, du bist doch tankend. Ja, aber ich kann trotzdem ziemlich schnell sterben, weil ich einfach mega kacke ausgerisset bin. Stell dir mal vor, wer noch schneller sterben kann. Ja, warte, wie viel Leben hast du? Alter, das teleportet gerade. 1100. 1000, ja. Kannst du mal sehen. Ja, aber du hast doppelt so viel Rüstung. Ja, aber du hast noch eine 1000 Leben. Das ist blöd. Ja, aber du hältst auch doppelt so viel aus. Ja. Ach ja, der eine von denen explodiert. Der andere. Ja, der ist geschmolzen. Alle Gegner, die geschmolzen haben, explodieren, denken sie immer. Hm, kein. Nein. Oh, wie lange halt hier brauchen? Ich will die ganze Zeit reinlaufen, ey. Ein Netz, äh, egal. Set Item. Hä, ich kann's nicht aufnehmen. Moment mal, irgendwas hab ich... Ah, das verstopft hier alles. Dein Arsch, Alter. Ja, von dem rede ich gerade. So. Haben wir jetzt hier mal langsam ein Checkpoint? Jawohl. Aufzusoldung. Cool. Nee, nee, nee. Hier spielen wir alle. Oh, Gott. Pusi. Erstmal wieder was verkaufen und dann beende ich mal den Part langsam. In einen Part. Der ging jetzt auch nicht lange. Zweieinhalb Stunden. So. Festplatte voll. Alle verkaufen. Brauche ich gar nicht zu gucken, was da alles bei ist. Das ist alles kack. Ja. So. So, Kenas. Wo bist du jetzt schon wieder hin hier? Ja, ich gehe jetzt ins Auktionshaus. Achso, du bist schon weg, okay. So, Kenas. Dan, bis zum nächsten Mal und so. Schaltet wieder rein. Und schreibt mal fleißig Kommentare. Und die ganzen Shakespeare-Spieler bitte nicht so viel haten. Ich lade's trotzdem hoch. Tja, für jeden Hater gibt's einmal Shakespeare-Spieler weniger, ne? Das weiß man ja. Ja, also Upload-Plan kann ja nicht geändert werden, ne? Sieben Tage die Woche. Jeden Tag sieben Parts Diablo, ne? Jo. Und dann, ja, Shakespeare-Spieler einmal im Monat oder so. Das reicht dann. So, dann bis zum nächsten Mal. Sag gute Nacht oder tschüss, Leonard. Hä? Ja, kussi. Mua. Mua. Mua.